Ja und damit herzlich willkommen zur Let's Play Live Show und zwar zur Sommer wieder, einer weiteren Folge. Wir haben eine neue Aufnahmesession hier für YouTube, die Leute, die zusehen. So und ich hoffe natürlich, dass heute mal, ja, das Ganze funktioniert mit, ja, hier, der Aufnahme. Dass ich keine Fehler habe in der Aufnahme, keine Störgeräusche etc. Ich hoffe natürlich, dass alles wunderbar läuft. Ich werde gleich nochmal das Licht ein wenig dimmen. Ich habe nämlich jetzt gerade nochmal den Stream offen, um mal zu gucken. Ja, Stream-Qualität ist super. Das lag daran, dass gerade diese Crew so ein bisschen schlecht war, die Quali, weil es ein Multiplay-Game ist, deswegen. Ja, hier haben wir, es ist dunkler geworden, da meine ich das nur. Seitdem ich die Egato eingestellt habe, ist es etwas dunkler. Ähm, ja, so. Ich muss eine Twitch neu starten. Ja. So. Ähm. Jetzt geht's los. Wir haben hier gestern aufgehört. Ich brauchte ja ein wenig, ja, ein Tag zum Überlegen, wie ich mich hierfür entscheide. Und ich habe mich entschieden. Denn es ging ja darum, es sitzt ja auf diesem Stuhl eine 1 zu 1 Kopie von uns. Ja. Und die Frage war jetzt gestern gewesen, oder für dich auf YouTube in der Folge davor, wie entscheide ich mich? Wie würde ich mich entscheiden, wenn ich wüsste, dass ich bin jetzt die Kopie und das Original von mir sitzt da auf dem Stuhl? Würde ich es hier in dieser, ja, in diesem Horror-Szenario sitzen lassen, bis er aufwacht? Oder würde ich ihn abschalten? Und ich habe mich entschieden, dass ich, wenn ich wüsste, dass eine Kopie da sitzen würde, ich wäre jetzt das Original, würde ich die Kopie abschalten. Und das werde ich dann jetzt auch tun. Denn, ähm, denn so würde ich mich, glaube ich, als Original auch entscheiden. Und die Kopie macht das jetzt einfach mal. Boah, ist das hart. Boah, ist das hart. Wir haben unser eigenes, wir haben unsere eigene, unseren eigenen Organismus gerade getötet. Boah, ist das hart. Alter Schwede. Ja, ähm, puh. Es geht weiter. Bei Soma. Dann schauen wir mal. Achso, das Omnitool, genau. Schwenken. Schwenken wir das Omnitool. Ich habe das Gefühl, wir werden wieder unter Wasser gehen. Ein neues Du, habe ich gerade die Kopie erhalten. Ein neues Du. Licht an. Und... Ich würde sagen, jetzt geht's los. Hallo, Türöffnung? Hallo, Framerate. Juhu, wieder Soma. Ja. Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Wir sind auf jeden Fall unter Wasser, das ist klar. Aber wo sind wir denn? Sind wir wieder draußen? Ich glaube, ja. Ich gehe mal... Hier mich umsehen. Da ist auch so eine Station. Blub, 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 blub. Wir gehen auch mal hier weiter. Ich habe auf jeden Fall diesen Kampfanzug bekommen. Beim letzten Mal. Und ich weiß nicht, was uns jetzt erwartet. Boah, es ist pechschwarz. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe so gut wie gar nichts. Also zumindest rechts und links. Wo kommen wir denn? Okay, da unten kommen wir eh nirgendwo hin. Hallo? Gut, dann gehen wir mal in die andere Richtung. Mal schauen. Alter Falter. Dann gucken wir mal... Wo ist das denn? Ist das das Stargate? Sieht so ein bisschen danach aus, ne? Ich hoffe... Ich hoffe die... Ich hoffe die Leiter funktioniert. Hey, da sind Fische. Ja, die Leiter funktioniert. Und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Und wo wir jetzt auch hinkommen werden. Ach ja, stimmt. Wir sollen ja jetzt Platz nehmen, ne? In dem... Ach ja. Hey, Bomberman. Wir sollen die Aufzugsplattform aktivieren. Das sieht aus wie ein Freizeitpark jetzt hier gerade. Äh... Warte mal, runter. Hoch, halt. Runter möchte ich. Passagiere, ein. Wir sind ja nur einer. Darf ich mich jetzt hinsetzen? Es geht noch tiefer. Es geht noch tiefer. Es geht noch tiefer. Es gibt noch mehr für mich? Und was über den Simonen, die ich in der Omicron killed? Was denkst du, Heather? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? It's done luck, right? I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Let me say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I could still feel how I had to, you know, tuck my arm so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair. And the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the craft flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan a hundred years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Hello? 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 wo bin ich das war gerade so schön so entspannt vor allen dingen kann ich mich was sind das denn für alter schwede wo sind eskalation tag ich grüße ich willkommen zur let's play live show war ja am leben ja wir sind auch noch eine kopie im prinzip also alter wie cool das aussieht ist ja der hammer wie meinst du das war er am lieben wie wie es ist ja unfassbar ja dann wollen wir mal ich weiß nicht wo wir was ist wenn du das spiel von unuffällig hast ja mal gucken guck mal aufs handy wenn der zeit das ja habe ich schon gesehen gerade ich habe auch noch nicht nachgeguckt was du da geschickt hast wir sind ja immer tiefer runtergefahren irgendwas ist mit dem muss ich mal anders hinstellen ich sehe überhaupt nichts hier alter schwede ach da ist eine sicherung raus geflogen werden wir mal wieder rein so kann weitergehen ich habe ihn schlafen gelegt das sieht aus wie schlafen nicht nicht ja aber generellartigend When's your about to sleep when there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep my experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure Es klingt ein bisschen wie ein Film, die live editiert worden sind. Ich glaube so. Ich glaube es klingt spannend, aber es hat mich wirklich aktiviert, um zu dem Punkt der Exhaustion zu aktivieren. Es ist schwer. Es könnte besser sein. Es könnte ein Zeitrauffler sein, die in einem Körper von schwarzen Gau getötet werden. Das ist ein bisschen schwer. Prost! Zum Wohne, Bulli! Unsere Sicht verschwimmt immer mehr. Ich kann überhaupt... Nichts mehr erkennen... WOOOOO! Was ist das denn?! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Was? Nein! Was für Vorbereitungen? Ich habe es geschafft, dass wir Vorbereitungen treffen. Was für Vorbereitungen? Möchte er mit mir schlafen? Entschuldigung... Was für Vorbereitungen will er treffen? Hat er auch Vaseline gekauft? Was war das denn für ein ekliges Vieh?! Der Kontroller vibriert immer noch ein bisschen? Sieht aus wie eine Maus, natürlich! Keine Wau-Kreatur! Das gefällt mir nicht! Wir fahren immer noch nach unten! Wir fahren immer noch nach unten! Alter Schwede! Ja! So, wir müssen mal die Archie finden! Wir sind angekommen! Alter Schwede! Schwenken mal wieder das Omnitool! Schwenken mal wieder das Omnitool! Schwenken mal wieder das Omnitool! Ich glaube wir kommen jetzt wahrscheinlich auch zum Kernursprung! Der Wau! Der Wau-Wau! Der Wau-Wau! Der Wau-Wau! Alter Hunger! Ich will hier gar nicht sein... Ich will hier gar nicht sein... Weil es muss ja irgendwo auch herkommen Boah, ich seh nichts Ich seh gar nichts Fehler, Luma Link zum Rufen Der Aufzugplattform erforderlich Ich will hier gar nicht langlaufen Ich seh nämlich nichts Was ist das denn da hinten? Oder Was? 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 Seht ihr genauso viel wie ich? Scheiße Arglok Okay, die Arche locken Mustersammlung Überprüfung Tau Evakuierung Versichert Ich kann das kaum lesen Transport der Arche nach Pien Angemeldet Okay Na Aber anmelden kann ich mich nicht anscheinend Er hat aber auch eine Funzel als Taschenlampe Das ist unglaublich Ja, so dunkel ist es dann auch denke ich mal am Meeresgrund Wie geil das aussieht Wie geil das aussieht Das ist der Hammer Also Hallo Arto Willkommen zur Let's Play Live Show Schön, dass du eingeschaltet hast Ich hab Willkommen zur Soma an dem Lifeline's Play Die können wir aber nichts tun Okay Das hört sich an wie so ein Unterwassergewitter oder so Ja Geh mal in die frische Luft Ich versuch's Wenn Ich seh nichts Ist das Spiel jetzt dunkler geworden? Mittlerweile Oh, sieht das geil aus Leuchtende Fische Ob das im Meeresgrund wirklich so aussieht Man weiß es ja nicht So tief ist ja noch nie ein Mensch gewesen Aha Master Switch Um Gottes Willen Wo bin ich hier? Okay Es ist Ich muss ganz ehrlich sagen Es ist gerade ein wenig Es ist teilweise Es ist unheimlich Teilweise Es ist aber auch so neugierig Also Dass man so neugierig ist Jetzt hier In dieser Umgebung Also Ganz ganz merkwürdige Gemischte Gefühle Ach Licht ist das Ah Supi Na ja Wo sind die leuchtenden Fische da? Nee Keine braune Flasche heute Mach die Tür auf Was haben wir hier? Warnung Strong Torrents Observatorium Climb Station Von wo sind wir denn jetzt gekommen? Also ich könnte mir vorstellen Dass wir Warum spielst du nicht nackt? Was? Weil ich unter Wasser bin? Ähm Ähm Wieso keine braune Flasche? Weil ich nichts im Hause habe Ähm Mach Sachen Ja Es kann sein Dass wir echt zum Ursprung Jetzt auch von der Wau kommen Weißt du Flasche mit braunen Inhalts Bäh Tollas Hatte ich dich heute eigentlich schon begrüßt Erstmal willkommen zur Let's Clay Live Show Wenn nicht habe ich das jetzt nachgegolt Was ist das denn? Okay, den hat es ein bisschen zerfetzt Würde ich sagen Jesus Did you see that? Stick to the lamp lights They won't go near them I can't fail Glasser It's important I reach Omicron Our future depends on it Calm down Let's just follow the path If I die I need you to tell Julia Dahl That the Wau is out of control She needs to get to Sarah He'll know what to do Ross, you can tell them yourself We just need to pick up the pace, okay? Glass We lost the path We need to go back I know where to go Come on It's over there The light is over there Final push, Ross Almost there We just Klingt Vertrauenswürdig Würde ich sagen Jetzt erst nachgeholt Grüß dich, ja Das klingt Sehr vertrauenswürdig alles Puh Boah, da kommt bestimmt noch ein ganz fieser Jumpscan im Spiel Ein ganz fieser Oh, was ist das denn, eine alte Stelle? Äh, dann warte ich mal auf den Bus, ja? Must danger stay close to the lights Blue lead to Tau Red lead to the Climber Okay, also das Symbol Da gehen wir zu Tau Und das rote ist zu Climber Was haben wir hier? Wollt ihr mich verarschen? Das Foto hab ich gerade gemacht Und die Flasche fast leer Achso, okay Wollt ihr mich verarschen? Ich soll jetzt da langlaufen Da sieht man nichts Wir machen für YouTube Machen wir jetzt hier mal Ne kleine Vollpause, ja? Alles so, bis gleich Jaerschönen the